Jo Leute, wie geht es dir in einem Video auf meinem Kanal, wo it goes.ip Heute werde ich euch was zeigen, was... so, jetzt habt ihr es gesehen, und zwar ist es so komisch, Leute. Schaut euch einfach mal den Würfel an. Verhaltet euch, wie es bei den manchen anderen YouTubers so ausgesehen hat. Schaut, der schmilzt nicht dran, der fällt dran, da sind keine Artikel. Naja, das finde ich irgendwie scheiße, sorry, dass ihr bei mir reingeguckt habt. Ich habe eben schon ein Video davon aufgenommen, dass das jetzt so ein bisschen scheiße geworden ist. Aber naja, da hat der Ton nicht aufgenommen, ja. Der Ton auf bei dem Duo-Rekorder. Keine Werbung mitbegrenzt. Und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße, nicht geil. Und ich konnte euch nicht wirklich ganz viel bieten jetzt mit dem Würfel, so, dass ich euch nicht enttäuscht habe. Äh, die konnte ich auch nicht mehr. Also, wenn euch das schon aufgefallen ist, ähm, ja, ist halt eben so, ne. So. Und, naja, ich hoffe aber, dass er vielmals gefallen hat, Leute. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel, ob ihr jetzt mal, ob ihr mal mit mir aufnehmen wollt, oder sowas, was weiß ich nicht mehr. Und welche Fragen, was ihr habt wollt, oder so. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Oder, naja, könnt ihr auch mir auch auf Instagram folgen, Leute. Ist eigentlich auf meinem Kanal-Banner, Leute. Instagram-Kanal-Banner. Ist eigentlich mein Instagram-Profil, ähm, also, diese Dinge ist da. Mein Name, oder E-Mail, was weiß ich, was man auch immer eingeben muss. Wie heißt ich, der übelste Instagram, äh, ich bin kein Fan-Gerl, oder sowieso immer. Kein, ähm. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Egal. Heute, sorry für das nochmal, und bis zum nächsten Video, und tschüss.